Hallo und herzlich willkommen bei Manni. Ja, es gab wieder ein Update bei The Isle und zwar der Patch 0.5.19.28, also 28, ne? Ja, hm, okay, was heißt das für uns? Für uns heißt das, es hat sich ein bisschen was getan für uns Spieler, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, geil, ich spiele jetzt Elf Rima wieder, weil es so viel Spaß macht, weil es so toll ist, mit drei Dinos über die Map zu hüpfen oder so. Nee, ähm, ist ein bisschen in anderer Natur und zwar haben wir, fangen wir einfach mal an mit den Change Logs und da haben wir ein paar Ergänzungen und zwar steht hier, added a minimal time for mud mask per species, default 90 seconds, heißt, äh, die Schlammmaske, den Schlammüberzug, den ihr habt, der, äh, ja, der hält jetzt quasi standardmäßig 90 Sekunden, ne? Add a server name to the character profile location panel, so, heißt, wenn ihr euer Charaktermenü aufruft, dann steht da jetzt auch quasi immer der Servername dabei. So, dann kommen wir auch schon zu den Enhancements, also zu den Verbesserungen, die Verbesserungen, Leute, darauf warten wir doch schon seit fünf Jahren, Verbesserungen, oh mein Gott, ich freue mich so, ich freue mich so, ach Gott, gucken wir mal, was wir da haben. Ja, also, die Dryosaurus Größe wurde angepasst, beziehungsweise, ja, dadurch, durch diese, durch diese Korrektur wurde die Geschwindigkeit des Dryosaurus erhöht. Finde ich, finde ich, finde ich okay, weil er, er kam mir schon sehr langsam rüber am Anfang, ja, im Gegensatz zum Juta Raptor, zum Beispiel, der Juta Raptor, der war ja, der war ja gepaart, ey, gepaart, Lamborghini war der, Lamborghini. So, smooth the remaining crevices on spiral. Boah, was auch immer, was auch immer das ist. Also, ich weiß es, aber, Leute, es war, es war schwierig. Also, man kann es übersetzen mit, ja, oh Mann, also, es ist wirklich schwierig. Also, ich habe es mal in Google Übersätze eingegeben und da kam das raus. Also, kann man davon ausgehen, dass man damit quasi sagen wollte, ja, so Unebenheiten, Korrekturen an der Map wurden gemacht, ne. Ja, ja, so, so würde ich es auf jeden Fall übersetzen, aber war schon schwierig. Also, manchmal sollten die einfach wirklich, ja, das hinschreiben, was sie auch gemacht haben, weil manchmal ist es einfach so, so wischiwaschi einfach, was da, was da steht in diesen Updates, ne. Aber gut, äh, gehen wir weiter. Added some more effects and sounds for the Tenontosaurus animations. Also, es wurden ein paar, äh, Animationen und Sounds hinzugefügt. Beziehungsweise mehr Effekte und Sounds zu den Tenontosaurus-Animationen. Dann haben wir als nächstes Increased Pounds High. Ähm, ja, die Sprunghöhe wurde erhöht. Die Sprunghöhe wurde erhöht. Äh, ob jetzt nur vom Tenonto, der springt ja nicht, ne. Also, nur vom Trio oder vom Juta, weiß man nicht, äh, ja, steht nur, wurde erhöht. Und dann Increased How Quickly Characters Become Muddy. Ähm, also, die Dinos, die werden jetzt schneller einfach, wenn sie sich rollen, werden sie schlammig. Also, ja. Ja, so kann man's, so kann man's übersetzen, Leute. Oh mein Gott. Also, das heißt nichts anderes als, man hat serverseitig jetzt, äh, ein paar Probleme behoben, dass es nicht mehr zu einem, äh, Memory League kommt. Weil, was ist ein Memory League? Memory League heißt, ähm, wenn ihr einen Server betreibt, dann habt ihr einen gewissen, äh, Speicher, Speicherraum zur Verfügung. Ähm, oder, oder RAM, ja. Sagen wir, ihr habt einen bestimmten Platz an RAM. Und über dieses Memory League, über den der Server dann läuft, ist dann quasi, dass sich das dann aufaddiert, die RAMs, ne. Äh, sprich, wir lassen den Server laufen, normalerweise braucht der, ich sag jetzt einfach mal, 3 GB RAM. Ihr habt jetzt, sagen wir mal, 8 GB RAM für den Server zur Verfügung. Und dann tut sich das, durch diesen Memory League, einfach immer aufbauen, aufbauen, addieren, 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 ja. Und dann seid ihr irgendwann über den 8 GB RAM und dann stürzt euch der Server einfach ab. Und, ja, das soll jetzt wohl besser sein. So, dann wurde noch in der Balance was angepasst. Und zwar, ähm, ja, die Erschöpfung der Hungerzeit quasi. Also, wie schnell der, äh, Hunger runtergeht beim Triosaurus und Jutaraptor. Das wurde angepasst, ähm, in welche Richtung? Müssen wir mal testen, müssen wir mal testen. Müssen wir mal wieder Ephrima runterladen. Und dann gucken wir mal, testen wir das mal, ob das jetzt schneller oder länger dauert, bis der Hunger da erschöpft ist quasi. Naja, wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Ansonsten, Leute, haben wir noch jede Menge Bugfixes. Und, ähm, ja, können wir uns mal ein paar Sachen raussuchen. Sind ein paar ganz nette Sachen dabei. Äh, zum Beispiel, Fixed Triosaurus AI not fleeing when seeing a Uteraptor player. Äh, das war, ähm, ja, so ein bisschen die AI-Intelligenz. Also, ja, die AI, also der Triosaurus ist nicht geflohen, wenn er einen ausgewachsenen Jutaraptor gesehen hat. Hat nicht so für die Intelligenz der AI gesprochen, aber sagt auch uns insgesamt in dem Game, dass, äh, die AI nicht so besonders helle ist. Äh, auch wenn uns das damals von den Devs so suggeriert wurde, dass das ja super AI werden soll, intelligent und, äh, soll auf jeweilige Situationen richtig, äh, ja, richtig antworten quasi. Äh, das wird's wohl nicht, es wird wieder eine ganz, ganz einfache AI werden. Mit ganz normalen, mit ganz einfachen Befehlen. Nicht intuitiv oder, oder, oder sonst irgendwas, ne. Aber, äh, nun gut, nun gut. Ich mein, was soll's, ne. Ähm, Fixed Scent Issues with Edible Plants. Also, ähm, es gab ein paar, äh, Probleme mit den Pflanzen, dass ihr die nicht riechen konntet und, und sowas, ne, beziehungsweise die Richtung irgendwie falsch angezeigt wurde, so war das bei mir zum Beispiel. Und das wurde jetzt anscheinend auch gefixt, das versprechen die uns zumindest mal hier. Ähm, ja, das, das Fressen, das Fressen mit dem Juta soll jetzt wieder besser funktionieren. Manchmal ist man da in so einem Loop gefangen gewesen, da kamst du irgendwie nicht mehr, nicht mehr raus oder irgendwas hat angefangen rumzuspacken. Das soll wohl jetzt auch gefixt sein und, ja, noch einige, einige mehr Sachen, Leute. Aber wenn ich jetzt hier anfange, die ganzen Bugfixes noch vorzulesen, Leute, dann wird dieses Video hunderttausend Minuten lang, mindestens, ja, mindestens. Und, ähm, das, das brauchen wir nicht. Also, wir gucken immer die, die großen Sachen, die wir, die wir so, die wir so haben, was uns so interessieren könnte. Und dann diese ganzen Bugfixes, picke ich immer mal so ein paar Sachen raus und, ja, was ich so für nett empfinde, beziehungsweise was ihr für nett empfinden könntet. Und ansonsten war es das erstmal wieder hier von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte, ich konnte ein bisschen, ähm, ja, euch erklären, näher bringen, was in diesem Update so geschehen ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Also, bis denn, euer Manni. Ciao, ciao.